Als Marktführer versorgt die Sparkasse Krefeld die Bürgerinnen und Bürger und auch die heimische Wirtschaft mit allen Finanzdienstleistungen. Neben dem finanziellen Engagement der Sparkasse bedarf es Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit viel Kraft und Energie für das Gemeinwohl einsetzen. Erziehung und Bildung nehmen in der Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Wir engagieren uns hier in Viersen bei allen Kindertagesstätten und auch in der Stadtbibliothek in vielfältiger Weise. Die Sparkasse in Viersen unterstützt seit Jahrzehnten den Breitensport. Dabei liegt uns insbesondere die Nachwuchsförderung am Herzen. Gewinnerzielung ist kein Selbstzweck. Mit Spenden, Sponsoring, PS-Ausschüttung und unseren Stiftungen gehören wir zu den größten nichtstaatlichen Förderern. Nur gemeinsam sind wir allem gewachsen.